so herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge des wohl ja unaufgelasteten server der welt ich weiß auch gar nicht warum nur 0 spieler hat ich weiß noch früher war das extrem besucht er hat immer mindestens 20 spieler oder so was drauf was ist noch heute was ist heutzutage angesagt kenne ich nicht kenne ich nicht linux linux server ist ganz schön weit oben direkt mal protecten oder so capture the flag und box also der sagt mir was ich glaube auf dem weich 40 einmal drauf aber nicht aktiv sondern nur so ich habe ausgebaut oder sowas das war es auch weil die andere sagen wir gar nichts täglich aber auch mal besuchen ist ja bereits geplant gut ein mmo server ich glaube man sollte vom sporn wieder wechsel machen wir auch den ton wieder an restriktet account ronnie jones warum bin ich für spiktet also wir gehen was mit teleportern es ist doch doch wir wollen zu den teleportern da schauen wir mal wo wir bald hinkommen ein bisschen rumlaufen wir gucken uns mal ein bisschen am sporn um weil wir haben sport auch viele schöne sachen die man zu überdecken konnte zum beispiel nicht mehr vorhanden oder die jetzt nur noch teils vorhandene burg die war früher mal größer ist geschrumpft hier ist ein baumhaus oder zumindest etwas was das bauhaus nachstellen soll das sogar bett oder ist das holz ich schon mein holz so hier geht bei barrikaden ich gehe gleich auf die barrikaden die was los auf es microsoft office oder liebkauf ist wo ein pc strom sparen ich bin der könig von kaiser von china ok ich dachte gerade schon ich dachte gerade schon mal kann diesen namen ändern event start ich dachte wir haben hier mal ein bisschen action können wir können wir ein bisschen mit playern interagieren aber irgendwie nicht so ne die sache ich weiß doch gerade nicht wo es zur mine ging ich meine kann dass sie die die teleporter benutzen aber mir war es heute mal könnte man auch er konnte man auch direkt von sparen außerdem kommt da nicht da ist bloß die erstrand hier ist was irgendwas was ist das hier eigentlich auf den kenne ich gar nicht diesen tunnel abschnitt da gibt es da ist ab was das system mit einer fackel drin also hier geht offensichtlich nicht zur mine diese begrenzte sichtweite ist echt müll also was ist der welt gesetzt drei meter oder was auf 32 wurde der welt gesetzt wahrscheinlich das ist ja schon heftig ich meine wenn ich das auf meister machen würde okay netter so zur wand breiten grenzen wo man internet absolut scheiße ist aber der server hier liegt doch bisher immer bombe warum sollte der seine band breite begrenzen vor allem so radikal ist ja wirklich mein einfach nichts macht keine aussicht mehr ist einfach alles nur noch so kann man direkt mal so nebel aktivieren so untersetzen sie wissen was so schön aus und nicht wirklich so absolut gar nicht geil so hier haben wir irgendein ist das schloss ja doch genau das ist der schloss am sporn wo wir gerade waren schon genau die frage ist wo ging es dann hier zur mine wie sagt hier ist ein teleporter zur mine hier und da das geht wahrscheinlich zu dieser baumine aber ich habe früher immer sehr gerne diese leiter benutzt und da wäre jetzt die frage wo ist diese leiter tutorial source words born docs ok das sieht auch geil aus noch ein bisschen so kann sein dass jetzt hier gab es die formatierung fehler kann das sein ich glaube die dinge als ich hier sind 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 alle falsch rotiert worden weil die dinge hier so hier so gerade sind die sind massiv also das ist einfach so ein starb aber die dinge die diagonal gehen dann tauchen löcher drinne von daher kann ich mir nicht vorstellen dass das original so gedacht war mit den löchern da drin soja ich glaube ich bin ich richtig hier ist das wo ich hin wollte die frage ist wo geht es hier und da das ist aber auch ein relativ geiles konstrukt davon erkennt man jetzt natürlich gar nichts wegen weil sichtweite danke dafür ein bisschen dahin gehen wir werden hart sterben machen wir machen wir so hier tutorial spawn docs irgendwie muss man hier runter hier gab es auf die treppe die gehen ein ganz weit runter dann kann man hier irgendwie irgendwo zu der mine aber schon mal finde ich sie doch nicht dass sie auf ihn hat na komm lad schon müssen schneller danke schön da das ist der konstrukt sie sieht doch ganz geil aus oder also wenn das dann geladen hat ne aber stadt der wissenschaft nicht raus ach wollte jetzt selbst drauf sind ja leck mich am arsch auch leute ok sport rundschau beendet wir gehen auch dafür die frage von gehen wir müssen vorhin wo wir in ruhe leben können das heißt wir gehen erstmal hier zum strand und schwimmer irgendwo hin weil ich glaube die anderen straßen die sind relativ blockiert oder wir gehen kommen wir gehen erst wenn die mina ich meine spitzhacken wir sogar drei stück warum haben wir drei stück warum haben wir so viele spitzhacken wir haben drei schwärter und drei spitzhacken und wir gehen mal zu fahren ich bin auch schon wieder über über diese slabs drauf ja nicht quatsch nicht verfahren soll mir auf gehen da gibt es nicht bitte hallo hallo ich will aber nicht so lange nicht mehr wirst ich mehr wie es funktioniert hallo kutte 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 kum public von station das so genau hier ist die offizielle fahrt die 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 fahrt hier kann man fahren also sorry aber ab aber das hat dieser begrenzten licht ist doch ab pack die worten zu sagen ist auch ein bisschen scheiße wie das jetzt hier aus wir brauchen erstmal nur bisschen stroh die regeln von der farm ist jeder kann sich alles nehmen was er braucht aber man soll es danach wieder einpflanzen eine einfach mit anderen spieler die später kommen auch noch was haben oder wieder was haben ich meine ehrlich nach mir die sind gut aber wir wollen nicht so was viel wichtiger ist das baumwolle das hier ist halt das a und o gerade bei der survival welt da ist halt wirklich baumwolle daraus kannst du die backpacks bauen daraus kannst du dir ein bett bauen darauf kannst du dir halt einfach ja es ist einfach das wichtigste wir machen wird hier auch mal das ganze feld nieder normalerweise keine so gute aktion weil die leute hier das müsst ihr erst mal wieder wachsen das heißt die leute die hier zeug brauchen müssen erwarten allerdings steht der server sowieso nicht mehr so besucht zu sein von daher ist mir das ist gerade mal ein bisschen egal wobei ich echt gerne wüsste warum wie sagt früher war der server absolut besuch der hier war immer action es war immer irgendein admin drauf immer mindestens zehn weitere leute manchmal halt im durchschnitt halt 20 leute oder sowas keine ahnung konnte sich immer mit irgendjemanden unterhalten und jetzt ist hier einfach alles bambuse tot finde ich schon ein bisschen traurig ich dachte ich kann es kann es so zur corona zeit hängen mehr Leute vom pc aber dem ist scheinbar nicht so so lassen was tschüss spaß aber natürlich hier machen wir natürlich schon wieder hier muss das da wo halt da werden auch massiv saplings das kommt jetzt ehrlich das sieht ja doch original aus wie weiß nicht wie der eiskugel oder und wie sowas also nicht unbedingt die wolle ist da pro nahrung könnte man wieder bis was für uns nehmen weil wir haben noch vier herzen 11 vier brote aber was ist unbedingt vieles war das match beginnt 30 sekunden ja kein player will praktizieren ist ja klar weil keine ahnung ist ist ein bisschen traurig die stecke noch dieses dieses wehr item top oder ist es so jetzt ganz früher mal so die wenn es dieses glaube mehr item drop oder sowas und da da gab es eine fläche gotten da unten hat ein freitens gedroppt also automatisiert und die spielte ja da die da waren die konnten halt einfach bedienen was natürlich jetzt gerade jetzt geil wäre wollen wir der einzige spieler sowieso hier sind der irgendwie was mitnehmen könnte na so wie viel mit aber ein bisschen perfekt links sind wir da sind so ein bisschen platz macht ja hier weil ich auch unsere tagleicht direkt wieder voll ist steinschwerten weg hier braucht keine sau ja ich weiß ich behalten aber das sei von der notreserve falls jetzt auch gegen uns da kommen hier oder so sowas gibt es noch so das brauchen wir alles nicht dafür hier kartoffeln können wir auch noch ein paar mitnehmen so was gibt es denn noch immer noch ein paar gut mitnehmen obwohl doch wenn das genau kommt man heute ja aus 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 kartoffeln kartoffeln war klar dann konnte man ja wie das hier machen gekommen genau okay doch ein paar hier von nein bitte so können wir uns wissen gucken und kartoffeln züchten und daraus dann immer schön salat machen ist doch immer ganz geil haben wir direkt nahrungsquelle gut drin wir brauchen also nicht dann gehen wir direkt wieder zurück und gehen wir zur mine denn die würde mich schon hart interessieren wo wir sollten mal direkt mal was essen wir nehmen uns mal hier direkt ein paar meloden mit das sollte ewig ach ja da brauchst du ein schneitbrett für scheiße ja gut das ist natürlich die musik hat mit ich habe fünf stück bekommen ja okay was haben wir noch ein bisschen reservieren so ein bisschen wieder ein bisschen aufgefüllt also ich muss schon sagen dass mit dieser begrenzten sichtweite das kostet mich gerade irgendwie ein bisschen an das ist das sieht überhaupt nicht schön aus und b verstehe ich auch halt überhaupt nicht warum ist irgendwas beim 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 update noch mein test 5 schief gelaufen der konflikt von denen oder haben die es einfach selbst manuell gemacht und haben den wert eingestellt und dachten die stelle 32 blöcke ein obwohl es nur 32 notes sind oder was zur hölle ist das so okay wir gehen was verfahren ich meine könnte auch paar andere sachen machen vielleicht haben wir auch schon so eine super sexy quest dame wo ich nicht weiß wie man die anspricht diese npc hat zurzeit nichts zu sagen ja du hast sowieso nichts zu sagen ich bin der boss schau mich an schau mich an ich bin größer als du ich bin größer als sie schon wenn ihr ein kleines kann ich auch noch umgucken ich kann nicht darum gucken was heißt ich auf die auf die wand rausgehe ich weiß nicht was was geschieht die ist ahnungslos wir sollten auch keine mädchen zu belästigen das könnte man direkt direkt als was böses auslegen ich meine nicht dass ich nichts böses im sinn hatte aber das muss ja keiner wissen so wir gehen wir und gehen wir in die mine die teleporter waren da so lamina die sieht aber anders aus als ich sie mir in der hinderung hatte da ist die mine da ist so ist erst mal noch eine zwischenstation warum geht es da zum nether ja das ist doch schon eine mine so ja die haben wir echt alles umgebaut die mir sieht ganz anders aus als früher okay dann muss man sagen schauen wir uns noch ein bisschen um hier mal das paar rohstoffe geht zum abbauen wir suchen vor allem ist es dass die man glaube eisener das geht jetzt ist dieses rötliche bereisen weil das hier irgendwie so lebe ist kupfer okay weil es gab es auch einen text der pack da war eisen rötlich weil es ja quasi wenn man im echten eisen findet das ja ein bisschen oxidiert ist und wer weiß wie oxidiert das eisen aussieht der weiß dass es nicht unbedingt weiß ist oder silber sondern eher alles andere als weiß und silber ich meine jeder weiß wie welche verrosteten sachen aussehen und ja interessant ich will mich jetzt nicht beschweren aber wirklich die alte mine hat mir besser gefallen für die die sich wissen die alte mine früher da hat das leuten riesigen gang der ging erstmal extrem weit ins felsgestein rein so wirklich ein riesenbreiter gang vor allem links und rechts alles komplett zerklüftet war weil da halt schon über jahre hinweg spieler gespielt haben und gerade sollst du überall über also extrem zerklüftet war ganz super schnell an rohstoffe ran weil du hattest halt überall da war halt alles und jetzt hast du hier nur so ein paar kein gänge hier das ist ja jetzt nicht unbedingt so geil da muss ja richtig suchen sehr schön schlimm ich meine zwar schön aber aber gut weil kupfer brauchen wir sich so unbedingt ich meine klar damit können wir uns mit werkzeug gebaut wobei braucht dann bräuchte auch erst mal ein bisschen zinn damit wir uns bronzer bauen können aber ich jetzt bereits ende okay das bist du ach das ist so ganz schön nice genau wir müssen wir haben eisen wissen wir haben das für kupfer naja ganz viel ist auch anders also ich glaube in der mine oder oder das was hier von der mine übrig geblieben ist werden wir jetzt nicht mehr so viel erwarten können hier irgendwie ist das jetzt also ohne jetzt ein bisschen zügig zu werden ja ich glaube ich weiß warum auf diesen server kommen eine eine person drauf ist sie hat ihren alten charme und sie verloren erstens die sichtweite katastrophe ich meine man kann halt 30 blöcke weit gucken das ist nichts also 30 notes also in keine mit blöcke sondern wirklich nur notes und zweitens die mine hier also wenn das die mine ist was bin ich dann ist doch ein witz hier ist doch keine mine red ist hat die als mini zu bezeichnen ist ja absolut katastrophe okay zumindest bisschen dunkel das heißt eine fackel habe ich nicht dabei ich habe auch kein holz ja wie wir 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 bräuchten hat erstmal noch holz für bisschen überhaupt so grundbedarf ne so werkzeuge bauen und so was alles um halt überall holz ja der mini war auf jeden fall nicht glücklich das hier ist ja doch eher katastrophe so da wir jetzt den sport endgültig verlassen kann ich auch bei den den tour wieder aktivieren ach wow das hier ist das hier ist die treppe ich gesucht habe oder das hier ist doch die treppe zur eigentlichen mine oder jetzt fühle ich mich dumm jetzt fühle ich mich lezent dumm das hier ist doch nichts mehr ausgeschildert genau hier war kann die kanalisation system dann müsste es hier weiter was war denn das gut man hat das hier auch eine trip hinbauen können trotzdem hübsch hier ist halt nichts ausgeschildert was ist das hier für müll 10.000 gänge und man weiß überhaupt nicht wo was ist ich will nach hause okay das ist meine ja das ist auch ende des weges danke dafür da macht der smile direkt viel mehr sinn vor allem durch diese krege rennen das tanz muss natürlich immer erst mal überall hinlaufen um zu sehen was da ist die renner distanz das ist auch keine was auf einem mmo zimmer auch durchaus sinn macht ne ich meine ich bin sowieso einer der speed nicht so sehr mag nur deswegen gibt es auch auf mein server nicht wirklich speed zum einen weil es meine internet verbindung absolut nicht zulässt und zum anderen weil ich finde auf dem survival server oder eine speed möglichkeit passt nicht wirklich also sonst kann man ja zum beispiel in der höhle einfach vor allen monstern wegrennen das macht ja überhaupt kein sinn mehr wobei ich jetzt ruhig gerade überlege wenn man im wolker kommt da hatte ich doch speed stimmt stimmt das war irgendwie so dass man hier eine weile spielt oder irgendwie irgendetwas irgendetwas achievement geschafft hat dass man dann tatsächlich speed bekommen hat sogar als privileg quasi also nicht nur als also als 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 jetzt nicht als privileg im sinne von 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 privilege also sondern im sinne von richtig dass du ein privilegierter spieler bist also ist das gleiche ja quasi als art du bist ein aktiver spieler du kriegst die sonderrechte und eins dieser sonderrechte ist halt speed so ist das wohl gedenkt oder irgendwie so keine ahnung oder ich war besonders lieb oder besonders hilfsbereit ich weiß es nicht ich habe keine ahnung ich habe mich auch damit hier mit dem admin ich weiß nicht mehr ob nur mit einem der admins oder mit allen admins habe ich mich tatsächlich früher relativ gut verstanden die waren die waren auch an sich alle extrem nett und extrem hilfsbereit war wunderschön und hier geht es offensichtlich nicht in die miene die ich gehofft hatte oder ich finde sie einfach noch nicht aber es war dieser tunnel hier es war dieser tunnel eingang von da kam dahinten geht es auch wieder raus da sind bäume gut dann von den baum und nächste folge verschwinden wir in die wildnis und lassen uns irgendwo nieder und gründe eine familie und sie denn uns an und machen was man halt so macht oder so ähnlich ok in dem sinne würde 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 ich denn mal sagen schon mit v und man sieht sich dann wieder irgendwann mal ja 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 ja